Die 3. Episode bei Survival-Tipps und Camping Diese Episode geht darum um Sicherheit zu verschiedenen Bereichen A. Persönliche Sicherheit A. Sicherheit zur Natur Das wäre echt eine Sache von der Natur, einem Biersternal im Haus Als Alkohol absolut ein Tabu Und wo ist denn so professionell wie mir? Alkohol besteht nicht sinnlich, dumm A. Fährte zu fehlen Genau Für den 2. Punkt B hat man Natur Das ist wichtig, weil es richtig gehe ich nicht wie heute Kein Feier zu machen am besten Nicht zu füllen Nicht zu füllen Nicht nur auf die Schultern, wenn man ein richtig gehe ich nicht muss Nein, ich muss noch das verbar machen Ich hoffe es hat dir gefallen So viel wie Eis Auf Wiedersehen Eis Wir sehen uns beim nächsten Erfolg Ein bisschen Feier sind wir dann Ja Gut